Der Deckel Ihres Washlet SG öffnet sich bei Annäherung automatisch. Im selben Moment benetzt sich die WC-Keramik mit Wasser. Das sorgt für weniger Verschmutzung. Aktivieren Sie zunächst den Sitzsensor. Das Washlet SG verfügt über eine Fernbedienung. Drücken Sie die Rear-Taste, beginnt die Reinigung. Drücken Sie die Taste erneut, startet eine sanfte Reinigung. Eine weitere Funktion Ihres Washlets ist die Front- oder Lady-Dusche. Nach Drücken der Taste fährt die Düse in das Gehäuse zurück, reinigt sich automatisch selbst, bevor sie wieder herausfährt. Bei allen Reinigungsfunktionen lässt sich jederzeit die Position der Düse als auch die Intensität des Wasserdrucks anpassen. Zusätzliche Funktionen sind die Oszillation und die Massage. Mit der Föhntaste starten Sie die Trocknung. Alle Funktionen können Sie mit der Stopp-Taste Ihrer Fernbedienung beenden. Auf der Rückseite Ihrer Fernbedienung können Sie weitere Funktionen individuell einstellen, zum Beispiel die Wärme des Sitzes oder des Wassers. Haben Sie Ihre persönlichen Einstellungen gefunden, können Sie diese auf der Fernbedienung für bis zu zwei Nutzer individuell abspeichern. Weitere Informationen zur Bedienung Ihres Washlet SG finden Sie in der Anleitung ab Seite 16 oder auf der Toto Homepage. Nach jeder Nutzung Ihres WCs werden Düse und WC-Keramik automatisch mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser gereinigt und der Deckel schließt sich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017